Willkommen, willkommen zu einem neuen Video, in diesem Video zeige ich dir, wie du ein Support-Ticket stellen tust für das GMM-COC, also Marvel-Sturm des Superhelden. So, das allererste ist, du siehst hier einmal die URL, https, slash, und so weiter, das ist halt dementsprechend die, wo du draufgehen solltest, um ein Ticket zu stellen. Punkt 1. Dann solltest du dich auf jeden Fall anmelden, in den meisten Fällen entweder bei einem Twitter-Account oder bei Google, bei mir ist es über Google, und dann einfach so mit a Request, also da unten, da wo der Pfeil ist, dann dementsprechend draufklicken und halt Optionen wählen. In den meisten Fällen nehmen wir natürlich von der Liste die In-Need-Help-Option, da das am aller einfachsten ist und man muss weniger ausfüllen. Darum, ich brauche Hilfe, ist die beste Option. Okay? Dann solltest du natürlich eine Beschreibung, ein Subjekt im Endeffekt machen, also Subjekt ist ein Betreff und dann habe ich hier zum Beispiel eine Vorlage schon gemacht und da kopiere ich einfach den Text raus. Einmal den Text rein kopieren und schon war es das. Jetzt geht es dann weiter, die restlichen auszufüllen, sagen wie Kategorie, das ist natürlich Gameplay, das ist natürlich das Spiel Marvel Control for Champions und natürlich optional deinen Namen. In dem Fall zum Beispiel als Mutti-Account-User habe ich Darksire1 zur Auswahl oder halt eben Darkload7. In meinem Fall muss ich natürlich Darkload7 wählen, weil da ist der Fehler passiert und meine Mail-Adresse ist natürlich auch von Darkload7. Das ist immer ganz wichtig, dass wenn ihr mehr Accounts auch habt, dass ihr dann unter die mehr Accounts die Tickets stellen müsst. Das heißt, wenn ihr zwei Accounts habt oder drei Accounts, müsst ihr euch dreimal hintereinander einlogen und dreimal hintereinander das Ticket stellen. Das ist sehr wichtig, das zu tun, weil sonst akzeptiert Kebem das nicht. Das ist einfach so. Und zuletzt sollte man natürlich nicht vergessen, ein Bild hochzuladen. Und dann klicken wir da rauf und schauen, aha, okay, wo ist das für ein Marvel? Dann haben wir doch diesen Fehler. Dann klicken wir und es wird dann hochgeladen. Und that's it. Das war's. Dann vergleichen wir nochmal alles, schauen, ob alles soweit funktioniert und dann klicken wir natürlich auf Summit. Nachdem wir also auf Summit geklickt haben, das heißt bestätigen. Dann dauert es ein bisschen und dann kommen wir hier hin und dann sehen wir unser Ticket, was wir gestellt haben. Da können wir nochmal alles einsehen und lesen. Und dann heißt es abwarten. Denn zwar im Englischen bearbeiten Sie schneller als im Deutschen. Ich habe das alles mal so getestet. Deswegen mache ich dazu ein Video und frage euch und gebe euch Tipps. Nichtsdestotrotz müsst ihr dennoch abwarten. Minimal 24 Stunden bis 48 Stunden kommt dann meistens eine Antwort. Kann aber natürlich auch länger dauern. Wenn der Support überlastet ist, dann kann das auch länger dauern. Wie auch immer, von meiner Seite war's das. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, wie man ein Ticket stellt. Macht das bitte. Das ist sehr wichtig. Gerade bei so vielen Fehlern, weil eure Anführer oder eure Offiziere dürfen zwar Tickets stellen, aber nicht unter euren Namen, weil es halt eben rechtlich gesehen hier unter den Terms, also AGBs, halt so geregelt ist von Kebem. Bei Kebem natürlich auch nachgehakt. Die haben es mindestens schriftlich bestätigt. Also von daher, lange Rede, guten Sinn. Helft euren Offizieren, helft eurem Anführer, stellt Tickets. Denn durch die mehrfache Ticket-Erstellung wird natürlich auch Kebem Support verbessert. Und Kebem kann auch nicht Gedanken lesen und wissen, dass so und so viele Bugs bei diesen Spielern sind. Daher einfach ein bisschen mithelfen und dann wird alles gut. Das war's auch von mir. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder mal zum nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare reinschneiden. Ansonsten nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke anzumachen, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal.